Hallo meine Lieben, heute machen wir ein Video, in dem wir tausend einzelne Kniehebelauf machen wir heute. Und zwar auch Skipping genannt, nur die springen nicht. Und machen 500 Doppelte und tausend Einzelne. Ich habe nämlich letzte Tage ein Video gemacht, da ging es darum, hier tausend Schritte zu machen. Und habe sehr viel positives Feedback bekommen. Und der Sepp jetzt das, das könnt ihr zwischendurch machen, im Büro, während ihr auch die Zähne putzt, eigentlich immer. Und ich habe jetzt hier Mädels, die helfen mir, weil ich hatte nämlich letztens beim Zählen von den tausend Schritten Schwierigkeiten. Weil man kann ja nicht alles, ne? So, wir fangen an. Alex, Ruhe? Ruhe. Und los. Und ich habe einen Zähler, damit ich auch was erzählen kann. Weil wenn ich quatsche, kann ich nicht zählen. Wir wollen das unter 8 Minuten hinkriegen. Deshalb habe ich da einmal einen Zeitnehmer. Alex und die Britta, die zählt. Die ist jetzt ganz konzentriert, weil das ist eine ganz tolle Aufgabe. Alex, du sagst mir, wenn ich die Hälfte habe, wenn wir dann noch in der Zeit sind, dann kann ich das Tempo beibehalten, ansonsten muss ich mir den Gast geben. Also bei 4 Minuten kannst du mir sagen, wenn wir 4 Minuten haben. Wenn es natürlich nicht so schnell bei euch geht, dann macht das halt 15 lang. Da sind wir bei 100. Und 500 machen wir das hinterher 1.000 Einzelne. Und 500 Doppelte. Schön, wenn man hier arbeitet und da sitzt einer am Boden und zwei stehen da und gucken einem zu. Also es geht schon ein bisschen auf die Pumpe, ne? Aber das soll ja auch sein. So, wie viel? 2 Minuten? Noch ein bisschen. Jetzt 2 Minuten. Also mir ist wichtig zu wissen, wann 4 Minuten sind und wie viel ich dann habe. Dann weiß ich, ob ich Gas geben muss, damit ich diese 500 Doppelte schaffe in 8 Minuten. 200. Fast die Hälfte habe ich schon. Oder wir. Noch mal seitlich. Dann könnt ihr mich nicht immer von vorne sehen. Das wird vielleicht auch noch von hinten, weil ihr von der Seite seht. Noch von hinten und dicht. Mädels, ihr könnt ruhig mitmachen. Also 3 Minuten haben wir schon. 100, 300. Also noch 200 Doppelte und das kriegen wir hin, ne? Schaffen wir das? Wow. Wenn wir das in 6 Minuten hinbekommen, dann sind wir aber Bombe. Aber sind wir recht rekord. Recht rekord. Ganz groß. Also ganz groß zu machen. Wie gesagt, wenn ihr nicht so schnell könnt, macht dann ein bisschen am Hand. Man kann sich das Tiefel wieder öfter mal angucken und nach und nach steigern. 4 Minuten. Also 10 Minuten sind vorbei. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Und höher muss nicht, habe ich gerade gehört. 100, 400. So, die letzten 100. 5 Minuten sind wir jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Gerade habe ich die noch beim Pferdtraining fertig gemacht. Jetzt machen die mich fertig. Die genießen wir. Aber ich muss mich konzentrieren. Die letzten 10. Letzten 10. 500. 500. Und unter 6. Unter 6. Wie viele Minuten? 5 Minuten 57 Sekunden. 5 Minuten 57 Sekunden. Ich wollte jetzt sagen, krasse Scheiße, aber das sage ich nicht. Also, wenn ihr das geschafft habt, Gratulation. Wenn ihr weniger geschafft habt, auch nicht wie der Schimm, sondern macht es einfach häufiger und steigert euch, dass ihr irgendwann mal 1000 einzelne oder 500 doppelt unter 6 Minuten schafft. So, viel Spaß und ich gehe jetzt erstmal mich hinlegen. Tschüssi. Hu!